Leute, ich war gerade kacken. Ich hatte die übelste Idee gerade. Und ich dachte mir, da die Kommentare auf Nostarafurtz das Beste an dem ganzen Kanal sind, muss man die doch irgendwie mal interaktiv einbinden in eine kleine Videoserie und mal schauen, ob das cool wird. Die Idee ist nur eventuell genial, vielleicht ist sie auch total kacke. Hängt eigentlich davon ab, inwiefern ihr darauf Bock habt und mitmacht. Und zwar ist die folgende. Wir machen eine Geschichte zusammen, wir schreiben die. Ich gebe jetzt erstmal drei Sätze vor. Und in den Kommentaren werden dann jeder von euch da drei Sätze, also maximal drei Sätze ist die Regel. Maximal drei Sätze als nächstes. Der mit den meisten Daumen hoch ist dann der, der die Geschichte weiterschreiben darf. Dann mache ich wieder ein Update-Video und dann darunter die Kommentare wieder bla 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 und so geht es immer weiter. Und es darf nicht mehr als dreimal derselbe hintereinander die Geschichte fortschreiben. Also selbst wenn er dann beim vierten Mal die meisten Daumen hat, kriegt dann der, der die zweitmeisten Daumen hat, die Chance, die Geschichte fortzuführen. Soweit verstanden, bitte mit drei Punkten immer anfangen, damit ich das weiß, weil ihr was dazu schreiben wollt, dann ohne drei Punkte. Ich glaube, ich blicke da trotzdem durch. Ich mache jetzt erstmal das Thumbnail für dieses Video. Müsste reichen. Und jetzt lese ich mal meinen Ansatz vor. Ihr müsst es dann vervollständigen. Ich hoffe, das wird ganz toll, vielleicht aber auch nicht. Ist ja auch egal, ist ja nur noch Starafuras. Gleißend helles Sonnenlicht lässt den Reihen trotz der frühen Morgenstunden wie heißen, glitzernden Durchfall anmuten. Der Geruch von verdurrtem Gras und Schweiß erfüllt die schwüle Luft vor den Hallen der Gamescom 2014. Vor der nicht nur die zahlreichen Gamer-Nerds und potenzielle Sexismus-Opfer um Logenblätze in der Watteschlange streiten, sondern auch die fünf Helden dieser Geschichte. Kalle, Anna, der mit dem riesigen Penis, Herodes und Daniel von Osterafo TV. Während sich Kalle mit einer geschmeidigen Geste seine elegante Hosenschlange in eine für ihn angenehme Position manövriert, hebt Daniel plötzlich entsetzt den Finger Richtung Menschenmenge und schreit. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Und mein Bildschirmschoner auch. Also, nicht mehr als drei Sätze, nicht dreimal hintereinander und das sind die Regeln. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und das wird bestimmt ganz ulkig.